ach okay so ich hab dich geschafft nein ich hab dich nicht geschafft okay gut ich hab dich jetzt aber geschafft und dann kann ich dir 1 2 3 4 reinwürgen nochmal 4 reinwürgen bevor ich hochspringe jetzt lauf das hat schon gereicht oh gott jawohl ein treffer jawohl kein treffer auch nein so und ein treffer und ein treffer gut jetzt bleibe ich hier stehen hier ist gut hier ist geil jetzt hier gibt mir die person gibt sie mir noch mal jawohl du bist so ein arsch geil du bist so tot ich werde ich einfach vernichten einfach so klar das sagt sich leichter als es dann wirklich ist so hopp 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 kopfschmerzen für dich geht kopfschmerzen für so was hat man doch immer zeit der kopfschmerzen zu verpassen du kleiner bastard so und joholio joholalalalalalalalalalalalalalalalaa feuerball feuerball feuerwerk nochmal fall ich nicht auf deine Feuerbälle rein. Uh, was? Nein, 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 nein. Mann. Mein ganzer Körper ist im Arsch. Ich bin am Zittern. Ich bin ein Wrack im Moment. Anders lässt sich das Ganze einfach nicht mehr beschreiben. Oh Mann. Ja, komm runter. Ich hätte niemals gedacht, das zu sagen, aber ich muss mich diesem Spiel echt beugen. Moment. Macht es mich einfach nur fertig. Ich bin auch so ein Wrack. Ich bin kaputt. Und ich muss pausieren. Kacke, das Telefon klingelt. Geh da dran. Danke. Oh, ich hab die Aufnahme nicht pausiert. Das ist cool. Okay, wir machen weiter. Ich muss auf Continue klicken und dann... Scheiße. Ja, das hat mich umgebracht. Toll. Sowas ist auch immer sehr klasse. Jetzt bin ich noch fröhlicher. Mann. Oh, mein Gott. Das ging zu schnell. Ich komm da nicht rüber. Ja, ich komm rüber. Rüber. Nur 3. Ach, kacke. Ich mach viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Und ich hab's doch... Okay, es läuft doch noch Musik. Ich dachte schon, die Playlist ist rum. Dabei hab ich doch knapp 3 Stunden Musik ungefähr reingetan, oder? Oh ja, ich nehm ja schon ein wenig auf. Seit Breakout, Arkanoid, was auch immer, bin ich jetzt am Stück hier am Spielen. Ich hab grad doch keine Pause gemacht, wie geplant. Ich bin einfach nochmal kurz was trinken gegangen und dann hab ich gedacht, boah, komm, ich mach weiter. Das ist ein Fehler, dieses Spiel. Es schafft wirklich gerade mich das, was kein Spiel zuvor geschafft hat. Es macht mich fertig. Es ist... Ich fang an zu heulen, oder so. Oh mein Gott, ja. Und, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh was. Das ist mir auch aufgefallen. Ich sag viel zu oft, oh Gott, aber es geht einfach nicht anders in diesem Kampf. Yes, yes, yes. Bitte, jawohl. Okay, okay, okay. Okay, jetzt nicht nervös werden. Jetzt nicht nervös werden, Kai. Und den... Kacke. Kacke. Oh mein Gott, ja. Huh. Ja. Nein, 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 ich sprung da direkt rein. Mann. Mann. Ey, es ist so ein Kacke. Ich hab kein... Bombs. Ja, latsch mich platt. Ich dachte, ich hab genug Schaden gemacht. Fick dich. Fick dich. War das genug? Nein, das war nicht genug. Bombs. Du wirfst deinem Kacke. Feuer, Bombs. Bombs. Ich springe jetzt noch mal hoch. Feuer, die vier Kugeln springen hier hoch. Hopps. Und ich flüchte irgendwie. So. 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 Und so. Zwei. Drei. Und... Jawohl. Welche Überraschung die erste Runde klappt. Ach. Okay. Du kommst zurück. Jetzt geh ich das Ganze mal ein wenig ruhiger an. So. So. Okay. Oh mein Gott. Wann feuerst du? Jetzt feuerst du. Gut, ich laufe runter. Ich laufe runter. Ich laufe nach rechts. Ich laufe weiter. Ich kletter da hoch. Hoch. Ungefähr so. Und ich warte hier. Hier an der Ecke. Jetzt spuckst du deine Flammen raus. Und ich vernichte deine weißen Sch... Bermier... Nein, 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 nein. Mann, ich... Guck mich an. Ich bin so ein Hurensohn. Mann. Zack. Zack. Hat's gereicht? Nein. Oh Gott. Und ich merke auch, wie ich inzwischen nicht mal mehr... ...fröhlich bin. Ich bin eigentlich so eine frohe Natur. Ich hab Spaß. Ich jalla jalla ein wenig. Und oh mein Gott. Wie hab ich das gemacht? Ich sag schon gar nix mehr. Ich sag schon gar nix mehr. Ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Ich will ihn einfach nur noch vernichten und in seinem Blut bahnen. Hab ich das nicht auch schon mal gesagt? Ich glaube, ich wiederhau mich so langsam. Ja, mir geht der Stoff aus zum Reden. Was kommt? Du gehst hoch. Oh Gott. Oh mein Gott. So. So. So, einen noch. Zack, Bums. Da drüber und da drüber. Jawohl, das war knapp. Da. 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 Nein, es ist zu hoch, Mann. Das wär's gewesen. Kommt da das Feuer. Das Feuer trifft mich hier. Oh mein Gott, das trifft mich nicht. Schon wieder zu. Schon wieder zu. Schon wieder zu. Scheiße. Kai, was ist los mit dir? Du gewinnst. Natürlich gewinnst du. Du bist. einfach bis hierhin. Oh. Jetzt ist Zeit für die spielerische Hölle. Und du bist tot. Och, man kannst du nicht einfach mal sterben. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, 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 okay. Oh, okay. Hey, 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 hey auch noch niesen das kommt auch sehr toll es war genug nein es war nicht genau das war genug das war blöd sagt uns sagt uns jetzt welche überraschung welche überraschung oh mein gott der trifft noch ich dachte wirklich zu spät gesprungen okay da springe ich richtig da springe ich doch doch richtig gut wir haben gewonnen wir haben ihn wachsen lassen wir haben so viele kugeln reingebaut warum ist dass er wächst aber nein bei uns klappt das ja nicht wir platzen wir wachsen nicht lauf geht danke geht oh mein gott oh mein gott 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 so was kommt jetzt wir warten mal wieder jawohl ganz nett wenn du die okay oh mein gott jetzt muss ich runter kacke jetzt habe ich ein problem Gut. Yes! Ja! Was? Moment. Was ist das? Was soll ich denn da bitte machen? Okay, ich geb's auf, ich hör auf. Das reicht mir für heute. Ich bin der Mero, das war I Wanna Be The Guy. Bis zum nächsten Mal.